Herzlich Willkommen zu den Bänkli-Wanderungen der Mittwoch-Morgen-Wandergruppe Deterden. Die erste Wanderung führt uns von der Hölfte Brattelen via Gemeinden Füllinsdorf, Bauchst, Brattelen, Muttens und Biersfelden und St. Jakobsstadion Basel. Wir treffen hierbei sieben Bänkli an. Von der Hölfte geht es zum Feldhof, dann über die Autobahn zum Amphitheater nach Augusta Raurica. Von dort geht unsere Wanderung an Rhein herunter und dann alles am Rhein entlang Richtung Schweizer Halle. Musik 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 Die Wanderung geht weiter durch das Industriegebiet Schweizer Halle am Rhein entlang Richtung Basel. Die Route führt uns im Gebiet Auhhafen ein wenig oberhalb durch den Hartwald zum Mittagessen im Restaurant Waldhaus. Musik 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 Musik